So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokemon Go. Und mir geht jetzt schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil ich nicht weiß, was ich am Sonntag machen soll. Bin auf eure Hilfe angewiesen, so blöd es klingt, ja. Muss ich battlen, dass bitte jemand mir hilft, bei mir meinen Raid zu machen. Weil der Yantik hat sich ja gedacht, Mensch, die raiden alle immer so fröhlich zusammen und haben Spaß. Das geht aber nicht. Das wollen wir jetzt aber nicht von der Yantik. Wir wollen die Fanrates ein bisschen einschränken. Wir wollen mehr, dass Leute vor Ort raiden, zusammen, aber denken gar nicht daran, dass es vielleicht nicht daran liegt, dass manche zu faul sind, drei Meter zur Arena zu laufen und deswegen im Fanrate-Pass einwerfen. Dass es vielleicht daran liegt, dass einfach nicht mehr so viele Leute spielen in bestimmten Gebieten und dass man eben alleine steht. Und wenn man dann niemanden einladen darf oder einladen kann, dann steht man eben alleine und dann kann man den Raid eben nicht machen. Weshalb Fanrates ja eigentlich eine gute Sache waren, dass man trotzdem mit seinen Freunden, die man gesammelt hat über soziale Medien, mit denen man jeden Tag Kontakt hat, schreibt, mit Community, mit sonst was, interagieren kann und die Freundschaft aufrechterhalten kann. Beim letzten Mal war es so, Hannes war da, wir sind zu zweit los, jeder hat zwei Handys genommen, wir haben da probiert und haben dann Unterstützung bekommen, aber von euch, von der Community. Ich weiß nicht, ob das so chilly gewesen wäre, wenn wir wirklich nur zu zweit gewesen wären, mit vier Accounts, was ja auch schon gegen die Nutzungsbedingungen ist, weil es da wäre jeder nur ein Account haben, aber wir zu zweit, hätten wir Hupa überhaupt geschafft zu zweit, hätten wir es geschafft, dann drei Raids zu machen in der halben Stunde? Ich weiß es nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, kommt jetzt nun überhaupt Hupa oder nicht oder doch, aber muss ja wahrscheinlich sein, Schilling hat dazu ein Video ja gemacht, dass irgendwo asiatisch im Raum wurde das geleakt bei irgendeiner Sache. Mittlerweile ist er auch im Kalender aufgetaucht, kann man hier auch nochmal sehen, im Kalender. Da steht Elite Raids, 13. November, 11 bis 17 Uhr. Wir haben beim letzten Mal also ein Video gemacht, haben drei Raids zusammengefasst, um 11 Uhr gleich die, ich habe das dann geschnitten, habe auf 14 Uhr gewartet, habe da den Rest gemacht, ohne Video, ohne alles. Ich habe die ganze Zeit jetzt gewartet, vielleicht taucht ja in den Neuigkeiten doch noch was dazu auf, offiziell für alle jetzt richtig als, das findet an dem Tag statt, dieses Pokémon ist es und wieder zu diesen drei Zeiten, aber irgendwie gibt es nichts. Jetzt ist Freitag, ich muss gleich weg und habe gedacht, ich starte jetzt hier mal noch so einen Aufruf, denn ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe bei den Elite Raids. Ja, normal könnte jemand sich ja auch einfach mit diversen Apps nach Zaragoza spufen, könnte da gucken, ach das sind 20 Raids, die mache ich jetzt einfach alle, die Lobbys sind eh immer voll, fertig. Ich möchte ja aber gerne bei mir im Ort raiden, ich möchte ja gerne entweder ein Video machen oder ich möchte ja gerne einen Stream machen und so weiter. Ich denke mal jetzt, wo ich alleine bin, wäre es vielleicht besser einen Stream zu machen. Das würde wahrscheinlich auf dem Stream hinauslaufen, ich bin ja mal gespannt, ob das so passt, wie es beim letzten Mal ist. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann sich ja das Video mal angucken. Das war immer alles sehr gehetzt hin und her. Diesmal würde ich vielleicht die Methode bevorzugen zu streamen. Das heißt, wenn wirklich 11 Uhr Raids aufgehen, wenn 14 Uhr Raids aufgehen und wenn 17 Uhr Raids aufgehen, würde ich versuchen, jeden Hooper bei uns hier in der Stadt zu machen. Die Hooper Elite Top Raids gehen ja nur an X-Raid Arenen auf. Also wenn ihr keine X-Raid Arena habt, werdet ihr vielleicht gar keinen Raid bei euch haben und leer ausgehen. Wir hatten das Glück beim letzten Mal, 11 Uhr sind drei Stück aufgegangen in der Stadt, 14 Uhr sind zwei Stück noch aufgegangen und 17 Uhr ist noch einer aufgegangen. Das heißt, am Anfang war der meiste Stress. Und während ich beim letzten Mal mit Hannes also Video gemacht habe, würde ich jetzt gucken, dass ich einen Stream ansetze um 11 Uhr, dass ich vor Ort bin an einer Arena, das übertrage, im Stream den Raid mache, mit euch zusammen zur nächsten Arena fahre, den nächsten Raid mache und dann zur dritten Arena fahre und den nächsten Raid mache. Bin ich aber darauf angewiesen, dass vielleicht ein paar Leute vor Ort sind, wenn jetzt Leute hier aus Hildburghausen aus ihren Löchern kriechen und plötzlich an der Arena irgendeiner steht oder so. Super genial, würde ich mich total freuen. Siehst du aber so gut wie gar nicht irgendwie. Wer also die Möglichkeit hat und wer gerne unterstützen mag und wer gerne mir beiseite stehen möchte, der kann gerne am Sonntag seine Raids in Hildburghausen machen. Ich würde vorab irgendwie eine kleine Route, wenn jetzt drei Arena um 11 sind, welche ich zuerst mache, welche ich danach mache und welche als letztes, würde ich wahrscheinlich posten in die Telegram-Raid-Gruppe, in den Telegram-Fan-Chat auch. Also gut, wenn ihr da drin seid oder wenn ihr da mal reingucken könnt. Im Stream würde ich natürlich auch sagen, dass ich jetzt hier anfange und dann zu der und zu der gehe. Wer also nicht in den Gruppen ist, wer den Stream verfolgt und sagt, okay, ich gucke den Stream gleichzeitig und versuche mitzuraiden. Wenn er dort ist, aha, ich sehe, er geht ja jetzt gleich rein, ich gehe jetzt auch rein, fertig hin und her. Denn das ist für mich jedes Mal ein Ding, dass du nie weißt, was dich erwartet. Das kann sein, du gehst zur Arena, stehst dort und bist ganz alleine. Niemand ist dort und niemand fliegt rein, kann auch sein. Die Arena ist voll, lauter Leute in der Lobby, aber keiner ist da. Beim letzten Mal habe ich ja gesehen, dass trotzdem viele Leute plötzlich in der Lobby waren bei der einen Arena, die 17 Uhr aufging, weil da gab es ja nur eine Arena, 17 Uhr und alle Leute haben sich auf diese eine Arena gestürzt. Auch die Leute in Hildburghausen, wo du viele Namen gelesen hast, mit denen du früher zusammen gespielt hast, die jetzt aber einfach nicht mehr vor Ort sind. Weil sie jetzt boofen. Und das heißt, was bringt es naientig, dass man dann sagt, wir wollen die Raids vor Ort fördern. Ihr dürft niemanden mehr einladen, damit ihr vor Ort steht und zusammen den Raid macht. So ein dummes Gefühl hatte ich noch nie, dass ich vor Ort stehe. Sehe, die Lobby ist voll, aber bin der Einzige, der vor Ort steht dann. Weil nicht das Zusammenraiden vor Ort gefördert wird, sondern einfach nur trotzdem das Spooven gefördert wird. Weil, ja, ich kann nicht eingeladen werden, naja, dann muss ich halt zu dem Ort hin mich teleportieren, so ungefähr. Das weiß ich nicht, das ist ein bisschen komisch. Ich würde also versuchen, einen Stream zu machen, diesmal statt ein Video. Aber wenn ich den Stress nicht habe, noch mit dem Schneiden zwischendurch und dem ganzen Zeug hin und her. Mal gucken, ob das funktioniert. Stream machen, 11 Uhr, Stream machen, 14 Uhr, Stream machen, 17 Uhr. Wenn Raids aufgehen, kann auch sein, dass 17 Uhr gar nichts da ist. Weiß ich nicht. Man sieht es ja jetzt nicht, 24 Stunden vorher sind die ja dann da, werden angekündigt. Also kurz nach dem Sea Day müssten dann die Eier auftauchen, wo man dann sieht, was da abgeht. Und dann kann man das ja ein bisschen planen. Vielleicht schreibe ich es auch in den Community-Tab, den Ablauf. Dann guckt halt in den Community-Tab. Dann guckt halt hier, dann guckt halt da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ein paar Gesichter von euch da sehe. Und wir dort ein paar Hoopa Raids machen. Wären also wahrscheinlich maximal sowieso nur 5 Stück. Würde ich machen, kein Problem. Auch wenn man es nicht verschicken kann, ist ja ein cooles Pokémon trotzdem. Und ansonsten geht mir weiter der Arsch auf Glatteis. Und ich weiß nicht, wie lange ich das so... Keine Ahnung. Freut ihr euch auf die Top Raids? Habt ihr eine Community vor Ort, mit der ihr zusammen spazieren gehen könnt? Von Raid zu Raid. Eine kleine Raid-Tour machen. Ja, ich nicht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Einfach nur kurz Ansage hier. Sonntag Top Raid-Tour. 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr mit Stream. Und wenn ihr dabei sein wollt und die Möglichkeit habt, dann tu das. Ich freue mich über jeden, der da mit reingeht und unterstützt, dass wir das Ding niederknibbeln. Es wird eh wieder stressig am Anfang, wenn drei Stück sind. Da das ja nur eine halbe Stunde auf ist. Und du dann... Naja. Das war es jetzt. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.